So, dann guck ich mal, ob wir genug Heid haben, weil das ist auch nicht so dolle aktuell. Ach doch, haben wir noch Rohstoffgesser. Wo ist denn der Mikro-Raum? Ich war ja eben Heid-Farm nochmal. Clemens, in welche Richtung? Ähm, schau mal. Ich bin über dir. Siehst du mich gerade? Ja, ich bin neben dir. Ja, guck mal, bei dem, hinter dem Baum hier, wo ich gerade hingucke. Ja, ich steig mal raus. Dahinter irgendwo ist der, laut Fernglas. Irgendwo dahinter. Ja, ist ein Männchen Level 14, Mikro-Raum. Aber einige nicht zu nah ran. Nee, nee, ich stehe jetzt bei Clemens. Achso. Ja, ich kann den auch nicht sehen. Ich kann nur den Namen lesen durch das Fernglas. Warte mal, da hinten ist ein Dimorphodon, Kano. Hier ist ja gerade nichts los, ey. Nee, da ist ein Dödikurus. Ja, und ein Mikro-Raum. Der wurde mir nicht angezeigt. Ich kriege den wieder an die Kamera. Nö, ich habe gerade auch nicht mehr. Ja, durch das Omnicolar sieht man ja auch etwas, was irgendwie unter dem Boden oder hinter dem Baum ist. Ja, ja, genau. Ah doch. Da hinter dem Baum ist er immer noch. Warte mal. Dann muss ich mal jetzt, hier, ich komme mal direkt bei dir hin. Ansonsten kannst du ja mal versuchen, den zu pullen. Da ist ein Trudon, Level 96? Äh, 98? Wie viele Pfeile braucht der denn ungefähr, Alex? Weißt du, so ungefähr? Äh, zwei. Also, das war ja nur ein 21er bei mir, glaube ich. Ja, ist ein 14er hier. Ach nee, Quatsch, der war betäubt. Der war von der Stange betäubt worden. Ich sehe nur einen Dödikurus, Level 14. Ja, aber der ist ja hinter dem Baum. Ich habe ihn ja ein paar Mal drin gehabt. Oh, oh, warte mal, da war was. Ähm, Mikroraptor, Level 14, männlich. Ja, genau. Okay. Das wäre cool, wenn wir den zähmen könnten. Ja. Kriegen wir hin. Äh, bringst du Standfackeln mit, sag mal? Ja, ich habe gerade dran gedacht, ich fliege schon wieder zurück. Sehr gut. Ah, perfekt. Es wird auch gerade kalt hier. Ja, jetzt, wo du es nämlich gerade gesagt hast, äh, ist mir gerade eingefallen. Oh Gott, es ist kalt, null Grad hier. Also, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen was zum Wärmen. Oh, Archie, hallo. Oh, Sky hat ein Ei gelegt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, gut, die gute Sky ist nämlich, äh, jetzt von SE erstmal umgezogen hier zu die Island. Mhm. Die darf uns jetzt erstmal treue Dienste leisten. Uiuiui. Ja, schon spannend, was hier so im Redwood jetzt mittlerweile rumkriecht. Oh ja. Ja, dass es jetzt hier dunkel wird, ey, boah. Mikroraptor, Level 14. Ja, also jetzt sehe ich ihn auch immer mal wieder aufploppen. Mhm, genau. Irgendeine Tür. Er ist gerade hinterm Stein. Ja. Rechts vorm Baum. Und, und hat nur 208 Leben, also. Also mit der Longneck dürfte der eigentlich One-Shot sein. Betäuben, meine ich jetzt. Ja, da ist er auf jeden Fall. Na, da kann ja einer pullen gehen, ne? Na, soll ich mal machen? Groß. Ja, ich, ich kann ja pullen und du schießt. Hauptsache, der Bronto steht genau in unserem Haus, ey. Okay, ich weiß nur nicht. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ähm, was ist denn jetzt mit Skydriver? Das ist mal Skydriver ein bisschen. Ich parke mal Skydriver in den. Ja, ja, irgendeiner sollte drauf, damit Skydriver kaputt geht. Oh ja, dann stell den hier hin, dann setze ich mich drauf. Was auch schief gehen sollte. Weil irgendwo ist halt auch ein blöder Trodon in der Nähe, ist das Problem. Ja, aber dann, warte mal, guck mal, dann, bitteschön. Ne, der Trodon, der war da hinten irgendwo. Hm. Dann kleben Sie, ich komme mal zu dir. Ja. Und dann legen wir hier als Nachi. Sehe halt den Mikrorab da noch nicht. Ja. Aber du kommst zu Fuß gerade, ne? Ich bin... Ey, der Quetz hat sich bewegt bei mir. Echt? Bewegt? Ja, der ist irgendwie runtergerutscht. Vorhin sah der... Komm auf den HP-Balken, bitte. Ich habe die Leben als Ordner reingeschrieben. Hm. Wo ist der? Hallo, Mikroraptor, ich wollte dich haben. Ich wollte dich lieb haben. Komm her. Wir sind Level 7 quetzig, den mache ich mir kaputt. Ja. Ja. Da ist was? Oh, da ist der Trodon. Oh Gott, Clemens. Er mal anschießt. Ja, 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 nee, 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 nee. Kommt aber nicht, also ich habe nicht gepult, keine Sorge. Hm. Nur die sehen sich hier ja schon ein bisschen ähnlich, ne? Ja, da ist der Trodon, genau. Also, ich habe ihn jetzt nicht, aber ich habe halt ein bisschen Angst vor Trodons hier. Hm. Nicht nur du. Hast du jetzt den... Ich glaube, sind wir alle halt ein bisschen vorgeschädigt. Ja, die Mikroraptor irgendwie irgendwo gesehen? Nee, die sehen gerade nicht mehr. Da hinten ist ein Agentar bis Level 112 und ein Reptora 182. Warum nicht? Nee, aber ist ja nur, dass die hier so ein bisschen rumspielen, ne? Oh Gott. Und da kommt ein Agentar bis 84. Ist denn der Blöde? Das frage ich mich gerade auch, wo der ist. Hm. Ich stelle mich mal nochmal... Vielleicht steckt da ein Baum oder so. Ich stelle mich nochmal an die Stelle, wo wir vorher geguckt haben. Äh, also der Trodon, der ist auf jeden Fall neben dem Dödi und der Trodon ist... Ja, der kommt auch immer näher. Und da kommt gerade ein Kanu. Level 84. Ey, jetzt wird es hier aber ein bisschen ungemütlich. Ach wo. Noch geht's. Alex, du beschützt uns, ne? Zu Fuß. Nö, gut. Doch, mach. Ey, der Kanu kommt auf jeden Fall mal weiter in deine Richtung als Clemens. Ich sehe ihn gerade, ne? Links von dir dann. Ah shit, hier ist so ein Terrezino beim Gelder. Also ich habe ihn recht nah gesehen. Ach, doch da hinterm Busch war der gerade, okay. Irgendwie ist der Mikroraptor gerade abgehauen. Die Sau. Stiften gegangen. Wahrscheinlich irgendwo weggeflogen. Ja, dann müssen wir rumspingsen. Wollt noch einer. Spingsen? Da haben wir es wieder. Hier wird nicht gespingst, hier wird gelookt. Gelookt? Gelooken. Ach, diese täuschende, entspannende Idylle hier, ne? Ähm, wie kann ich nochmal zwischen Helf und Torpa umschalten? Immer noch mit N. Ja, was heißt immer noch? Ich eine Nutzer. Das hast du letztens schon gefragt. Oh, Leder. Geil. Echt? Hab ja. Ich glaube, das war ich. Ich hatte sogar im Stream gefragt, glaube ich. Niemals. Ne, Alex hat gerade gesagt, er war das. Ne, ich glaube, es war der Clemens. Ja, solche Nubfragen würde ich niemals stellen. Ne, ist klar. Ne, stimmt. Bei dir reicht es noch nicht mehr zu dem Wissen. Weil es ist noch schlimmer bestellt. Katastrophe. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich gucke mal, vielleicht sehe ich ja gleich noch einen anderen. Da ist ein Diabier. Habt ihr den jetzt erwischt? Ne. Ne, wir suchen den ja. Der hat sich irgendwo hinverkrümelt. Ich denke jetzt, die springen ja auch gerne mal mit 20 Meter weg oder so dann. Wenn sie gerade nicht wollen. Die Morphodon. Weißt du, vorhin bin ich die ganze Zeit rumgeflogen auf der Suche nach den Quetzis vorn. Und dann jetzt auf dem kleinen Weg habe ich schon zwei Stück gefunden. Hier ist eine Schnecke Level 112 im Busch, glaube ich. Die Buschnecke. Und ein Pegomastax. So ein Drecksvieh. Boah, und das wird immer dunkler. Ja, aber noch geht es. Ja, ja. Also ein paar Minütchen Licht haben wir noch, aber auch nur noch ein paar Minütchen. Was haben wir hier? Da ist Mario ja auch schon wieder. Hier ist ein Archäopteryx. Zwei sogar. Hast du den Sattel auch dabei? Ja. Das wäre es noch gewesen, ey. Behaupte ich mal. Hm, super. Wo sind denn die ganzen Mikroraptoren? Ja, das ärgert mich jetzt, dass der da einfach mal die Flucht ergriffen hat. 168er Diabier. Ja. Sabertooth 119. Skorpion. Äh, 196er Raptor. Okay. Ist jetzt nicht so niedrig. Nö. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht, wenn ich das so mal sagen darf. Nur zum Aufpassen. Die Morpho, dann... Da haben wir ein bisschen Licht gemacht hier. Jo, sehr schön. Boah, jetzt wird es aber nebelig hier. Na, wir müssen ja die Nacht hier verbringen. Schön im Nebel. Im Nebel des Grauens. Wer weiß, wer hier noch kommt, ey. Oh Gott. Level 14er Säbelzahntiger. Raptor, Sabertooth, Archie. Mikroraptor, wo bist du? Aber wirklich. Stego. Da hat er sich echt jetzt verkrümelt. Irgendwohin. Ja, scheinbar. Schade. Oh, nee, warte mal. Ansonsten weißt du, wie das funktioniert mit dem Aniköder. Nein. Einmal direkt losrennen lassen und... Ja, könnte ich machen, aber dann bringe ich noch ganz anderes Zeug mit. Das wollt ihr nicht. Ich glaube auch, nee. Das wäre nicht so gut. Lieber nicht. Vielleicht nachher dann. Ja. Ja, ja, ne? Wenn nichts mehr zu verlieren ist. Steht gerade jemand beim Quetzel daneben? Nö, ne? Ich bin noch in der Nähe. Achso, ja, dann haue ich gleich selber einen Akko rein wieder. Hat noch 8.000 von 12.000, aber droppt er halt gerade wieder ein bisschen rein. Aber kann ich gleich auch machen. Jetzt mal hier kurz ein bisschen... Haben wir denn hier hinten einen Trike und einen Trodon wieder. Oh Gott. Überall Trodons hier. Achso, meine Haare sind wieder ein bisschen gewachsen. Das sieht jetzt schon wieder besser aus. Oh, da sind wir so abgefressen aussehen, so ein bisschen. Ja, die sind schräg geschnitten. Könntest du bei den Pony schneiden. Ja, ich würde gerne, dass der so ein bisschen seitlich ist. Aber nix da... Warte mal ganz kurz stehen, Anni. Einmal Kontrollblick hier, wie die Haare ausschauen. Sekunde. Oh ja, langsam geht's. Langsam ist es akzeptabel, ne? Weißt du, du musst ja nicht aussehen wie Clemens. Ja, aber eben sah es echt rupft aus. Ja, wie so ein Huhn. Das muss ja nur nicht sein. Aha, der Alex hat gepündert. Uhu. Weggedroppt, besser gesagt. Weggedroppt. War eine Sprache, war es drin? Hä? Nee. Nur so ein paar, äh, ja, Rohre wieder, Kompost, äh, Kiste. Ach so, ja. Nichts Besonderes. War ja noch ein grüner Airdrop, weil da ist ja nichts Tolles drin. Ja. Zwei Archiopteryx, ey. Schnecken sind auf jeden Fall einige hier. Hab ich eben nochmal zwei gesehen. Vielleicht sollten wir auch tatsächlich mal heute anfangen, äh, noch ein Gemüsebeet für die beiden anderen Prime-Gemüse anzubauen. Ach, ja. Oh, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Könnte man machen. Wird sich anbieten. Ja, ne, irgendwie schon. Dass wir mal vorbereitet sind. Ach, hier ist der Dodo, der 21er. Ach, ist das hier dunkel, ey. Ist hier gerade gar nichts. Ich wollte mich gerade mal ein bisschen was plündern gehen hier an Airdrops, aber hier ist gerade irgendwie ein bisschen finster. Es wird auch nicht heller. Ich weiß auch nicht, warum es gerade so dunkel ist. Hallo, wir sind halt im Redwood. Was erwartest du? Das ist halt gerade auch mega Zwielicht hier, ne? Ich bin, ich bin ja unterwegs, ich bin ja in Richtung Norden geflogen. Ja, aber es ist manchmal so, manche Nächte sind einfach ein bisschen anstrengender. Es ist ja noch nicht mal Nacht. Es ist abends. Naja, es ist 21.13. Ja, aber es ist halt eine komische Beleuchtung gerade hier irgendwie. Ein bisschen, ein bisschen lecklich. Ja, aber ist doch draußen auch so, ne? Wenn es viel Licht ist, finde ich immer schwieriger zu zusehen, als wenn es halt ein bisschen dunkler wieder ist. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist eine komische Beleuchtung, als wenn es hier irgendwie gerade, also nicht, als wenn hier irgendein Wetterphänomen ist, was man nicht sieht. Also bei mir ist gerade ein bisschen Nebel sogar hier. Vielleicht liegt es daran, dass du keinen Nebel hast. Ja, das könnte sein. Ich habe ja auch voll die schwarzen Wolken und so. Na, ich habe auch dunkle Wolken, aber das ist eigentlich okay. Regenwolken. Ich kann jetzt nicht mehr gerne wegen einer Aussicht. Wahrscheinlich habe ich direkt die Super Mario Kart Regenwolke oder so. Mikroraptor, wo bist du? Wir sind nur die alle sauren Sause. Schön im Dunkeln suchen gehen, das lohnt sich. Wie auch immer. Ja. Ja. Kann ja Anni vorlaufen und dann, wenn wir einen finden. Ja. Mit Fackel irgendwie einfach. Lauf mal, Anni. Lauf, Anni, lauf. Mach ich. Keine Sorge. Aber hier entstehen schon wieder diese krassen Laserstrahlen hier von diesem Airdrop da. Habe ich letztes schon mal gehabt im Dunkeln. Siehst du das? Ach so, ja. Krass. Ist das bei dir auch so? Vor der Lichtshow. Vom Airdrop jetzt war das. Ja. Ach, du meinst wegen der Sonne da, oder was? Also. Na, ich habe jetzt hier, ich gucke gerade auf den lila Airdrop und voll die Laserstrahlen. Nö. Ich glaube, das soll so eine Art, ja. Ach so. Das Durchschimmern der Sonne durch die Wolken darstellen. Und dadurch, dass da halt der Airdrop davor ist, hast du halt so eine kleine Laserstrahlen. Aber ich habe es tatsächlich auch. Boah, also man erkennt die Fackeln zwar, aber so richtig dolle hell sind sie nicht, ne? Hier gerade. Also hier ist es richtig finster. Sind das jetzt die S-Plus-Fackeln? Ja, ja. Oh Gott, ey. Die machen ja gar kein Licht. Hier ist auch gerade richtig dunkel. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht, warum. Das ist ja meine Fackel hier in der Hand, Hella. Weil bei uns sieht die Welt, ist ein Redbird einfach immer dunkler als draußen. Kann ja sein. Nacht ist es dunkler als draußen. Ja, also gut, aber wenn man jetzt hier gelandet ist, dann sieht es wieder heller aus. Pack mal deinen Fackeln. Ja, ja, dann wird es wieder dunkel. Ja, das geht aber, also vom, aber irgendwie, ich weiß ja nicht. Na ja, gut. Boah, ich finde es schon hart düster gerade. Das ist ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Mhm. Zumal es auch gerade etwas kalt ist. Naja, aber es geht jetzt noch. Es ist kein Eisblock. Ich stelle mir einfach hier neben die Stammfackel, dann passt das. Ja, einfach kuscheln, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde gleich so hart was drüber laufen, wie auch diese Spikes. Ja, die Flares, ne? Die sind echt richtig, ey. Ich glaube, ich habe auch noch Flair ganz mit. Vier Stück. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen Licht machen. Ja, bis zum nächsten Morgen. Aber, Gott, das dauert. Ich habe noch sechs bei. Wer möchte? Ich habe meine eigenen. Ich würde eine nehmen. Oder zwei. Äh, jo, lege ich in die Kiste rein. Jo, ich würde auch eine nehmen für einen Notfall, falls ich gerade echt brauchen sollte. Dann lege ich die für dich hier in Heide rein. Jo, danke dir. Komm mal her, Heide. Heide. Heide Witzker. Heide ist hier? Ach. Ne, Heide 2.0, ja. Ja, Heide 1 kann ja nicht mehr hier sein. Ne, ne, aber ich habe halt Tarnheide im Kopf gehabt jetzt. Ach so, ne. Auch Heide nicht in die Spikes rein. Wo ist denn die Heide, die Hute? Na hier, auf meinem Schaus. Auf deinem. Ach so, na klar. Wo auch sonst. Wo auch sonst. Ne, Heide? Boah, ja, man sieht echt nicht, ob jetzt was... Wie würde? Kommt her. Ich wollte ja noch ganz kurz eine Prime reinhauen, was bei Skytruher drin war. Also, was haben wir zum Stecken. Ach, das war ja das vorhin. Aber wie viele brauchten wir jetzt? Wie? 30 mindestens, also lieber um die 36 reinhauen. Weil bei Skytruher ist gar nichts drin. Hm, ja, okay. Wir haben ja noch was im Kühlschrank. Das geht ja drin. Ich bin nur froh, dass ich jetzt im Dunkeln nicht jagen gehen muss. Boah. Ja. Wie viel Food gab ein Prime nochmal? 50 oder 60? 50. Heide hat ein Ei gelegt. Heide ist glücklich. Ja. Ich hab Heides Ei aufgehoben. Guck mal, Heide. Natürlich ist Heide glücklich. Ein eigenes Ei. Ja, nicht nur dir. Aber hallo. Oh Mann, ey. Boah, ich finde es aber anstrengend bei den Quetzis, wenn die auf dem Boden liegen, dass die immer noch so eine riesen Fläche haben, die man nicht sieht. Also der Quetzi, der liegt doch echt mit der Schnute schön hier in den Spikes, ne? Ich hänge auch gerade voll fest hier. Sieht richtig gut aus. So. Wenn er glücklich ist, der Quetzi. Lutscht am Metall-Spike hier. Mann, Mann, Mann. Hey, wem schmeckt. Ja, ihm. Boah, also hier unten beim unteren Teil der Spikes siehst du gar nichts, ne? Ja, ich sehe gerade generell nichts. Also, wenn ich außerhalb stehe vor dem Fakkelkreis. Es ist halt echt dunkel. Wir können uns den Himmel anschauen. Ja, oh, schön. Alter, vor allem, wie das aussieht von Weitem. Als ob der Wald brennt irgendwie. Wow. Ey, und der ganze Müll hier, ja? Die ganzen Beeren. Und alles. Schön, alles zugemült hier. Das sind sie wieder, die Umweltverschmutzer. Hallo, die Beeren. Na und? Ja. Das ist doch voll gut für die Umwelt. Aber die Verpackung. Guck dir mal die Verpackung an. Gut, der Verpackungsmüll ist was anderes, ne? Ja, siehste. Also. Boah, ist das hell hier. Und irgendwie bleib ich hier mal irgendwo hängen. Guck dir mal den Mond an. Der hat sich gerade voll gedreht. Was, der Mond hat sich gedreht? Ja. Stimmt, bei mir dreht er sich auch. Hä? Ich hab grad, was geht denn bei dem ab? Ich hab grad umgeguckt, der hat sich voll gedreht. Ach, wahrscheinlich einmal um 180 Grad, damit er auf der anderen Seite wieder runterkommt. Jetzt dreht er sich. Wahrscheinlich. Oh, geil. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber richtig. Der Mond hat irgendwas getrunken. Boah, ist das krass. Ey, oh, aber richtig. Ja, ja. Betrunkener Mond. Wow. Das ist mir noch nie aufgefallen. Nee. Nee, mir auch nicht. 2000 Stunden Spielstunden arg. Sehr gut. Ja, und jetzt ist er wieder am Start, hier der Mond. Sehr schön. Tja, wir beobachten das Universum. Das passiert regelmäßig, jede Nacht, ja, liebe Leute. Also auf den Balkon stellen und mal gucken, was der Mond so macht. Krass. Das ist ja wirklich lustig. Ja, ist gut gemacht. Jetzt zieht er von dann. Ah, schön. Der gute Mond. Aber manchmal kann man wirklich einfach mal aufs Land fahren, wo keine Helligkeit der Stadt die Sterne verdeckt. Einfach mal auf die Wiese legen im Sommer und in die Sterne gucken. Voll geil, ja. Ohne Lichtverschmutzung, ohne alles. Das sind einfach so viel, viel mehr Sterne, sondern auf einmal, das ist Wahnsinn. In Berlin bist du froh, wenn du den Mond siehst. Ja, ist wirklich so. Mal, wenn wir Zelten waren. Echt so schlimm, oder was? Ja, das ist krass in Berlin. Na, also den Mond siehst du schon, aber Sterne siehst du da kaum. Also da muss es eine richtig klare. Ja, da muss ich so viel von diesem komischen Smog da. Lichtverschmutzung. Ja, genau. Das heißt doch Lichtverschmutzung. Ja, du siehst ja auch, wenn du auf eine Großstadt zufährst über die Autobahn, siehst du ja schon verwalten, wie sind Lichtscheinen drumherum. Diesen typischen Kegel da. Ja, aber wo wir immer Zelten waren im Sommer mit unseren Freunden, da hatten wir uns dann ja auch am Abend oder in der Nacht dann einfach mal an den Strand gesetzt und da konnte man halt auch richtig schön Sternschnuppen anschauen, weil wir meistens so im August gefahren sind und das ist ja dann halt auch so Sternschnuppenzeit. Und da konnte man richtig, also du konntest die Sternschnuppen sehen, Sternschnuppen, alles. Da gab es mal so eine Nacht oder so, wo Sternschnuppenregen angekündigt wurden. Ja, voll geil. Und ja, aber in Berlin, also wo hier letztes Jahr auch wieder gesagt wurde, oh ja, irgendwie Sternschnuppen am Start, wir haben gar nichts gesehen, gar nichts. Gut, aber da war auch leicht bewölkt. Ja, aber auch sonst, du siehst ja einfach nichts. Das ist wirklich schade. Großstadt halber. Ja, das ist wirklich schade. Also da bin ich auch echt übertraurig, weil ich liebe ehrlich gesagt den Nachthimmel. Soll auch wohl für die Natur gar nicht so gut sein, dieser ganze Lichtsmog. Der soll wohl im Ökosystem auch einiges nur durcheinander bringen. Sicherlich auch bei den Tieren, das ist klar. Die Tiere und Pflanzen halt. Die kommen halt nicht so drauf klar. Ja, kann man sich aber leider nicht aussuchen. Ja, leider. Ach, den Wildschweinen geht super in der Stadt. Oh ja. Super. Boah, guck mal, der Quetzir. Ich hab grad von hier geguckt, ich dachte, der Quetzir, der hat uns das Auge rausgeschlagen, ey. Boah. Das sieht wirklich ein bisschen ungesund aus. Wenn du von hier guckst, dann denkst du, da fehlt der Augapfel. Ja. Ih, stimmt. Echt? Ja. Boah, krass. Ja, wenn man so von Schreck hinten kommt. Boah. Gerade weil er so blutig am Kopf aussieht, ne? Hm. Du musst mal von hier gucken. Von hier. Das ist schon echt ein bisschen... Was, von wo so? Na, circa hier, wo ich auch... Aber bei mir ist der Kopf unter der Erde gerade. Äh, nee, okay, dann ist das bei dir nicht so richtig dargestellt. Okay. Ja, das war vorhin bei mir auch so, aber dann bin ich kurz weggeflogen. Ah, okay. Wahrscheinlich einmal neu laden oder so. Ja, okay. Der liegt generell ein bisschen ungesund da. Bisschen verbogen. Oh, ja, dann... Jetzt krieg ich auch Schaden tatsächlich von der Kälte. Der hat am nächsten Morgen einen steifen Nacken. Ja, irgendwie schon. Muss halt zur Massage. Aber ich frag mich auch manchmal, wie Katzen das machen, ne? Mhm. Wenn die sich irgendwie komplett verdreht in die Sofa-Ritze quetschen. Ja. Und dann morgens aufstehen, strecken sich einmal und rennen weg. Ja, aber überleg mal so eine Eule, ne? Die dir den Kopf einfach... Ja, gut. ...komplett rumdrehen kann. Ja. Ja, aber ist doch geil. Ja, es knackt mir doch ordentlich. Beim Auto ist ein anderes Vorteil. Auf jeden. Schulterblick mal anders. Boah, ich stehe mal vor. Boah, EA. Im Auto dreht plötzlich jemand vor dir sein Korn vom 180. Boah. Oh, Gottes. Oh, Gottes. Das Grüße, Alter. Boah. Boah. Auf dem Fahrrad. Genau. Haha. Ah, was? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie viel groß ist? Oh, Gott. Gas geben. Einfach nur Gas geben, Tann. Ey, ich glaube, ich werde immer schreien ganz kurz. Ja, das ist ja echt... Oh, Gott. Oh, ey. Boah, ich habe letztens mal wieder das Video gesehen, wo die auch die Verarsche gemacht haben. Ich weiß nicht, wo das war. In irgendeinem Geschäft, wo unten so Bilderrahmen hing und da kam halt das kleine Mädchen rausgebrochen in diesem Nachthemd. Ne, Fernseher waren das doch, oder? Das war so ein Elektromarkt. Ja, genau. Aber das war halt nur so ein Bilderrahmen und da kamen die halt rausgebrochen. Ey, die Leute, die sind kreischen. Davon gerannt. Ja, das glaube ich. Das ist Ring-Style halt so. Wollte ich aber auch laufen dann. Naja, wie das eine mit dem Mädchen im Fahrstuhl, ne? Boah, hör mir auf. In diesem Raines-Setter. Ich glaube, die hat erst einmal eine gekriegt, ey. Ja. Das ist halt... Das ist doch flexartig. Damit muss man rechnen, dass man da zuschlägt. Egal wie... Das arme Mädchen. Ja, aber egal wie... Ja, aber du musst doch bedenken, was die Leute für einen Schreck kriegen, ey. Klar, es ist natürlich ein kleines Mädchen, das wissen die Leute in dem Moment aber nicht. Man hat einfach zu viele Zombie-Filme gesehen. Man hat einfach dann erst mal einen Herzanfall quasi gefühlt. Die armen Omis dann, ne? Im Fahrstuhl. Ich habe mal eine Idee, wie lange der noch braucht ihr circa? Der Quetzi? Warte, ich schau mal. Ich komme mal kurz rein. 400 Food ungefähr musst du noch verlieren. Ja. Ja. Ja, geht ja. Ja, stimmt. Hier kommt gerade ein lila AirDrop runter. Gute rechnet, Alex. Muss ich sagen. Oh, ey, ich bleibe hier überall hängen. Oh, so. Da war jemand vor mir auf dem Vogel. Boah, es ist so dunkel. Boah, ich suche gerade immer noch diesen Mikroraptor, muss ich sagen. Dann vielleicht mal an einer anderen Stelle gucken. Kommt vielleicht ein neuer. Ist jetzt gerade jemand auf dem Weg hier zu dem lila AirDrop? Ja, ich stehe gerade dabei. Ach so. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe hier richtig bammel, im Dunkeln rumzustehen bei dem AirDrop. Ja. Ich beobachte dich. Na, zu Fuß würde ich hier nicht hinrennen. Mir geht's super hier. Na, findest du ein Clemens? Nö. Ja, der hat sich vorhin irgendwo verkrümelt. Wenn du mal möchtest, kann ich dir gerne eine Stelle zeigen, wo ganz viele von den... Also da flog auf jeden Fall gerade schon mal ein Petri lang, der gerade angegriffen wurde. Also irgendwas kommt in eure Richtung. Hm, super. Wird er was? Mal kurz weg hier. Ich setze mich schon mal auf Skydriver. Ich komme wieder hier rein. Boah. Vom Berg aus, oder was? Nö, irgendwo von da unten. Ach da. Ach, von unten. Okay. Huch. Was hast du jetzt gemacht, Mario? Nicht. Ach so. Okay. Er hat eine magische Sonne erschrocken. Er hat eine magische Sonne erschaffen. Ach nee, doch nicht. Nee, irgendwie nicht, ne? Aber er sieht so unheimlich aus, gerade weil auch nichts zu sehen ist. Aber man rechnet immer mit dem Schlimmsten. Ja, vor allen Dingen, weil das so unglaublich ruhig ist, ne? Man hört hier nur das Zirpen. Das ist echt ziemlich ruhig, ne? Hatten gar keine Probleme bisher, komischerweise. Das schreist nicht. Das ist echt ungewöhnlich. Das schreist nicht. Wer weiß, wir kommen bestimmt gleich ein Thüler Koleo. Der klemmt bestimmt irgendwo hier am Baum. Der wartet nur noch. Das ist wahrscheinlich dann so, dass wir dann damit rechnen, dass es hier immer so ruhig ist. Und dann werden wir beim nächsten Mal richtig weggehauen. Ja, dann werden wir den 189er machen. Dann denken wir uns dann so, ja geil, im Redwood geht er runter, kann man machen, easy. Zack, 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 tot. Alle, auf einmal. Das sieht aber jetzt gerade auch richtig geil aus. Aber ich finde es halt mal geil, dass man wieder so einen vollen Respekt hat vor der Gegend, ne? Ja. Erst recht, jetzt wo die Viecher ein bisschen mehr Schaden machen. Deutlich mehr. Ja, 50% Schadensboost jetzt hier in den Server-Einstellungen, das merkt man richtig. Besonders, ich habe letztes Mal direkt von Terrezino eine geballert gekriegt, das war direkt instant tot. Das glaube ich. Aha, läuft bei dir. So, 1,32 Uhr. Das dauert noch drei Stündchen. Läuft bei dir, hat im Altersheim auch eine ganz andere Teutel, ne? Ja. Das ist böse alles. Ist aber auch geil, dass man gerade jetzt auch so ein bisschen längere Nachtphasen hat, wo man auch mal in so einem arschfinsteren Wald hier rumsteht, ne? Boah, der Mond sieht gerade richtig geil aus. What the fuck, seit wann gibt es so viele Glühwürmchen? Also mir fehlt ja noch ein Trudorn jetzt in der Nacht. Alex? Boah, der Mond sieht richtig geil aus. Ja, ja, ich habe mir den auch schon angeguckt. Der sieht richtig super aus. Habt ihr den riesen Glühwürmchenschwarm da vorne gesehen? Ähm, war der so quadratisch? Ne. Aber Glühwürmchenschwarm, aber da sind, ich weiß nicht, Hunderte. Nur auf einem Fleck. Warte mal, ich komme mal zu dir. Ja, komme mal zu mir. Mal kurz gucken. Na, dann musst du mit dem Fernglas in die Richtung schauen, wo ich hinschaue gerade. Ja, oh. Äh, erstmal hier den richtigen Ausgang finden. War das hier? Aua. Ne, aua. Egal. Ja, doch, passt doch. Schaut mal jetzt, äh. Boah, jetzt muss ich sagen. Ja, hier. Da, da, wo ich gerade hinschaue. Ja. Ich sehe da gar nichts. Das sind Hunderte Glühwürmchen. Ja, doch, genau. Das meinte ich sogar. Ja. Müssen wir mal die Fackeln ausmachen. Das sieht richtig cool aus. Einfach nur so. Ach da. Ja. Ja. Jetzt sehe ich die. Richtig geil. Also, sie sind ganz leicht nur zu sehen, aber. Ich glaube, ich laufe mal ein Stück hin. Schön, dass wir alle im Dunkeln stehen. Ich laufe mal ein Stück hin. Ja, hier. Richtig geil. Oha. Wow. Schön. Yay. Glühwürmchen. Glühwürmchen-Party. Ja, wir haben Spaß im Wald. Ich will eins fangen. Das fängt dich. Pass bloß auf. Ich habe auch immer Glühwürmchen gefangen. Ja. Oh, schön. Boah. Dann ins Zimmer gestellt. Ne, die habe ich mir freigelassen. Besser ist. Ich fand die so toll. Ja, aber die sind ja ultra hässlich, ne? Wenn die gerade nicht glühen. Also tagsüber. Ich weiß gerade gar nicht, wie die aussehen. Meine komische schwarzbraune Käfer. Meine Fackel hat übrigens auch gerade diese Mega-Laserstrahlen hier. Ja. Echt? Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Anzeige. Da hast du vielleicht einen Laser-Pointer. Nee, weil ich die Fackel genau gerade vor dem Mond halte. Siehst du das? Ja. Warte mal. Ach, diesen Lichteffekt. Ja. Ja. Diesen Linseneffekt quasi meinst du, ne? Direkt durch die Fackel durch. Ja. Cool. Das war aber auch nicht immer so, oder? Hm. Weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht darauf geachtet, dass ich das irgendwann schon mal so gesehen hätte, weil das wäre mir auch gefallen. Oh, ey. Bestes Wetter. Also durch die Wolken sieht man das schon manchmal. Aber bei Airdrops habe ich auch noch nie darauf geachtet, ehrlich gesagt. Nee, ich habe mir eine Fackel einfach vor den Mond gehalten. Da habe ich das auch. Ja, auch bei Fackeln habe ich nur nie darauf geachtet, glaube ich. Ja, aber das wäre dann aufgefallen. Ja. Sollte man meinen, ja. Ja, weil letztens habe ich extra noch Bildchen und sowas gemacht, weil ich dachte, du kennst halt nicht. Ja, aber es kam ja jetzt noch mal ein dicker Performance-Patch. Vielleicht wurde das da irgendwie halt gemacht. Hat einer von euch noch Essen mit? Ja, ich habe was mit. Ich würde mal was nehmen. Ich kann ja was in die Kiste hier. Achso, ja, okay. Dann brauche ich ja gar nichts. Ja, gut. Oh Mann, das ist hier einfach... Durch den Quetzi kann man sich immer gar nicht bewegen. Ja, deswegen oben am Rand stehen. In einer Richtung. Ach hier. Siehst nichts durch die Naare, oder? Nee, die hängen ein bisschen im Gesicht. Und alles mit dem. Gut. Ich fliege mal kurz zum Kühlschrank Prime holen. Oh, super. Mach das. War gerade wunderschön dunkel, aber... Naja. Hm. Ah, mit dem Quetzi geht's gut. Der hat gar nicht so viel Leben verloren. Nö. Hat er auch nicht. Drittel ist ja okay. Waren ja auch echt gut. Ja, doch. Muss man ja dazu sagen. Muss man wirklich sagen. Wir hatten ihn echt schneller unten, als ich dachte. Ja, viel, viel schneller. Man hat echt an einer guten Stelle hier. Ihr habt ja auch gut geschossen. Ich glaub, das macht schon einen heftigen Unterschied, wenn man halt zu zweit schießt. Ich glaub, ich hab noch nie einen Quetz gezähmt, wo zwei Leute drauf geschossen haben. Immer nur allein. Und das dauert dann halt echt doppelt so lange. Oh ja. Wenn nicht noch länger. Ja, mehr als doppelt so lange sogar. Ne, facke ich gleich aus. Ne, mach die doch aus. Mach's doch jetzt nicht. So, noch gute 200 Foot und dann geht's los. Mir ist kalt hier. Nehmen der Torch geht's gerade so. Guck mal, 2.53 Uhr, das wird gleich wieder hell. Und denkt dran, wenn ihr mit dem Quetz dann losfliegt, immer ihr Fleisch mitnehmen. Ach so, ja. Auf jeden Fall. Auf dem Level haben die ja dann echt nicht viel Food, ne? Ne, gar nichts. Obwohl, der hat jetzt... Boah, okay, frag nicht. Wie viel ist das? Ja, ja, 3600 oder so. Also die Hälfte von meinem Petri. Was wäre eigentlich ein guter Wert? 50.000. Ja, aber, aber 6.000, 7.000 ist schon angemessen. Wir scannen ihn einfach komplett auf. Haha, haha, ja. Der müsste ja sonst nicht können. Mit, äh, Gewicht. Ich warne euch. Boah, kann man, kann man kurz jemanden eine Flair zünden? Ja, ich, ich, ich will mal. Ah, wobei, ne, 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 ich glaub, ich hab nicht schon. Ich will, ich will trotzdem. Ja, dann, dann zünd trotzdem. Puff. Feuerwehr. Ja, okay, bin ich sogar schon an euch vorbeigeflogen. Siehste, war doch sinnvoll. Oh, Alex. Piu. Ne, ne, ne. Na, bleibt das jetzt da oben? Boah, die Spikes machen gar nicht so wenig Schaden, ne? Wenn man da selber reinläuft. Ja. Das stimmt wohl. Oh, tatsächlich. Haha, ich habe, äh, das Redwood gedingst. Ne, ne, die kommt doch runter. Kommt die runter? Ne. Ja. Ach so, ah. Ich wusste gar nicht, dass die dann aber trotzdem noch jedes Mal, wenn man hin und weg guckt, wieder explodiert. Also. Tut so eigentlich nicht. Ne, das ist bei mir auch gerade, das ist bei mir auch gerade passiert. Ich hab gerade noch hochgeguckt. Ja, hab, ab und zu. Landet solche Schünen hier neben. Sehr schön. Ah. Ja, aber die, die bleiben auch nur hängen, wenn man die in Strukturen reinschießt. Ach so. Okay. Oder auf Menschen. Hm. Echt? Menschen auch? Ja. Ja, klar. Ja, die hätten wir doch hier auf den Boden gefeuert und dann hätten wir die ganze Zeit Licht gehabt. Ja, hätten wir halt. Ja. Hätten wir die ganze Zeit Licht hier gehabt. Gut, aber wir brauchen die Fackeln ja eh wegen der Wärme. Ah. Ja. Boah, ich muss hier direkt daneben stehen, damit es hier warm ist. Ja, es ist aber nicht mehr so kalt. Es sind schon, ne, doch, minus ein Grad. Hä, aber ich stehe doch auch nicht neben der Fackel, mir ist nicht, nicht eisig. Hast du vielleicht mehr Fortitude-Skill oder bessere Rüstung an oder so? Also ich hab jetzt auch eigentlich nur so Standard-Flag an und ... Ja, aber ich hab ja noch nicht so viel Fortitude geskillt. Wie fährst du denn? Ne, ich weiß gar nicht. 16 oder so. Ach, ich hab 28. Okay, ja. Ja, das macht einen großen Unterschied. Ja. Ja, ich hab am Anfang halt überwiegend, äh, also Nahkampfschaden, Gewicht und Run-Speed geskillt und so ein Kram. Das wird übrigens hell. Man kann schon die Dämmerung erkennen. Ja, ohne Regen wär's auch nochmal deutlich heller gerade. Aber das ist trotzdem geil, ey. Mitten im Wald und dann die Dämmerung im Regen. Das ist schön. Das ist so ein typischer Camping-Ausflug, ne? Ja. Es fehlt nur das Zelt. Wenn du die ganze Zeit nassst, läuft direkt oben in die Rüstung rein und wieder raus. Einmal durchspülen, kannst du das Duschen sparen. So. Müsste eigentlich fast durch sein, ne? Ja. Was fliegt hier über uns? Ach, mhm. Petri. Und jetzt sieht der Himmel auch wieder geil aus. Oh, ja. Bei 1.660, glaube ich, kann der Essen. Das ist schon geil hier. Hat er recht. Oh, ich liebe die Nacht in Ark, ey. Frag ich mal, wenn du mal rüber guckst. So ein Obelisken sieht auch geil aus. So ein grünen Obelisken da. Ich weiß gar nicht, wo ist der denn? Oh, ja, jetzt. Jetzt ist die Nacht ja richtig klar. Das ist echt schön. Ja, abgelaufen. Oh, jetzt oben richtig viele Sterne. Naja, das sieht richtig super aus. Und manche Sterne, die strahlen auch wieder richtig ab. So sieht's nicht in Berlin aus. Nee, nicht. Genau, das ist nicht Berlin hier, liebe Leute. Guck mal, wenn man in die Richtung hier guckt, so sieht's in Berlin aus. Ja. Da, wo noch die Wolken sind. Genau. Echt so schlimm, oder? Ja, du siehst halt wirklich irgendwie keine Sterne. Ja, zwei, drei Sterne. Kannst du froh sein. Also die paar, die da richtig hell leuchten, die siehst du noch, aber ansonsten war's das. Das war letztens, wo wir auf Rügen waren und dann saßen wir abends dann noch in so einem kleinen Wintergarten. Da konnte man aber so ein bisschen rausschauen und das war halt auch schon dunkel. Auf jeden Fall konnte man auch nur drei Sterne sehen. Erst einen, dann haben wir genauer geguckt. Ja, es hat geregnet. Ja gut, im Regen. Ja, aber eigentlich ist es da auch richtig stockfinster gewesen. Da war ja nichts weiter. Na gut, aber wenn da halt ne Wolken vor sind, kann's auch keine Sterne sehen. Ein paar haben wir gesehen. Ja, das hat eigentlich ganz weggelegt. Also nachher haben sie sich da gezeigt. Nachher war ja relativ klar, aber da war auch nicht so... Hoffentlich keine. Gut, aber es ist immer was anderes, wenn man von einem etwas helleren Raum rausguckt. Also es war jetzt nicht richtig hell, sondern war so ein bisschen abgedunkelt quasi. Und ja, abgedunkelter Raum, okay. Ja, so ein bisschen Lauschbereich als quasi so... Na, wie so ein Wintergarten. Da, wo wir das Foto hochgeladen haben quasi. Genau. Okay, wir trinken. Ah, okay. So. Ah, das ist ja gleich am Start hier. Sehr schön. Ja, endlich. Das ist doch wieder warm in zwei Grad. Ist ja richtig flauschig. Mhm. Aber du darfst ja auch gerne Heide ausleihen. Zum Kuscheln, Mario. Ne, ich nehm den Quetzi. Wenn du mal anquetz sie. Wird Heide eigentlich auf Oxygen geskillt, damit sie länger die Luft anhalten kann? Oh, oh. Mann, ey. Heide. Heide, du fielst bei mir ein. Pervers, ey, du bist echt eine Perverslinge. Oh, Gott, ey. Echt mal, hallo? Der muss erst mal nur Schwimmen beigebracht werden. Was meintest du denn, Clemens? Na, na, ich doch auch. Absolut. Ja, klar. Wenn man halt gemeinsam in den Poolen möchte oder so. In den Whirlpool. Ich höre vor, mit dem Dodo Whirlpool. Da treibt er so auf der Wasserroberfläche hin und her. Ja, ich glaub, der braucht ein Rettungsring. Und dann guppelt der so lustig, wenn die Blasen aussteigen. Gubbel, guppel. Oh, Mann, ey. Und dann kommt der Clemens. Und dann ist es vorbei. Dann steigen ganz andere Blasen auch, ne? Ja, ja, ja. So, wollte er das Prime schon mal reinmachen? Ja, Prime kann rein. Na dann. Wo ist denn das? Ja, dann im Mäuschen. Im Mäuschen. In Alex' neuen Mäuschen hier. Ja, dann einmal reinschieben. Weiter. Hm, nom, nom, nom. Lass es dir schmecken. Ja. Sieht aber wieder völlig entspannt aus. Sollen wir die Spikes schon mal wegnehmen oder noch nicht? Noch nicht. Erst wenn er steht. Ja, ich hab halt manchmal nur noch im Kopf, äh, das immer heißt, boah, lieber die Spikes vorher, bevor er dann in den Spikes aufsteht. Ja, aber bei manchen Tieren ist das tatsächlich empfehlenswert. Wie in einem Giga oder so. Da kann schnell mal was stehen. Weil er eskalieren kann. Weil größere Tiere kriegen ja auch mehr Schaden von Spikes, glaub ich. Ja. Und Alex und ich hatten schon mal einen Giga gemacht, der halt nach dem Ausstehen in den Spikes drin stand, ne? Und der hat saumäßig viel Schaden. Ja, das ist natürlich bitter. Wir fressen in einer kurzen Zeit. Boah. Oh, ich stehe direkt drauf. Richtig gut. Oh, hallo. Hallo. Ha, schön. Sehr cool. Ja, super. Schauen wir mal ein bisschen normales Fleisch für den... Ähm. Ja, ja, ich packe den jetzt dort rein. 160. Sehr geil. So. Und der darf auch direkt was tragen auf dem Rückweg. Ähm. Wer hat ne Pullgun hier mit? Ich hab. War ne Demogun? Ich hab. Und was nur soll der denn alles fragen? Alles. Ich hab ja nebenbei ein bisschen Metall geholt. Ach echt? Okay, cool. So, ich nehm dann Heide auf'm Arm, ja? Und dann... So, ich hab. Ich hab ja nebenbei... Ich hab ich über timeframe Ministri, So, ich hab unbedingt ein bisschen betonen. So, ich hab meine Satanje. So, ich hab auch隻 nicht accounted. So, ich hab mich nicht interested, So, ich finde, ja, du iPad war moje Kat. Und dann weg. So, ich hab mich bul. Und dann weg. Vielen Dank.